ja warte ich muss nachladen ich bin hier hinter der hecke ja sie soll nicht guter schatzi jetzt gehen jetzt geht nein da kommt doch schon wieder der klingt wie ein elefant der kommt da warum auch immer ich jetzt runtergefallen bin runter hier ist noch eine drawbombe ich habe bei einer Wolkerei ach da ist das er für Gott sei Dank geht voll ab hier ja wir sind hier voll die Kings da sind voll die Kings sagte er ist klar na hat den Zaunbucket auch gehört ich hab's mal nicht gehört neid und gut zum Fakten Alice Schreiben Ohrgab glaube ich ja hatte ich auch ein bisschen ich hab ich hab einfach nur gewundert boah da haben ich und der Bimba aber die Witch auch so richtig gespult ja das war mein Ding weil also aus Versehen weil ich dachte ich schieße drauf und schiebe drauf und schiebe auf diesen Kasten der da explodiert ich so okay die anderen werden schon mitmachen nur irgendwie wusstet ihr davon wohl noch nix warum ich hab doch genauso viel ich bin ja auch das hab ich nicht mehr gesehen ne und ich bin nur hier hinterher gerannt unter Witch deshalb naja dann nimm das mal weil wir haben alle noch n bisschen boah ich seh gar nix an Waffen ey ja nur die Uzi die am Boden liegt also von mir aus können wir direkt weiter wenn Tiwa da ist ja kurz noch tecken da in der Wand genau weg weg können wir ich bin noch nicht im Spiel lass es Tiwa noch an Pink sind okay kreucht und fleucht hier schon wieder ja super ah diese Rumpftypen wir doch ja wir haben auch keine Nahkampfwaffen hier und keine Doppelwaffen gar nix wir haben ja auch keine Munition doch ich hab noch ein Paddel ja ich hab ein Katana und hier gerade ein Grafikpack aber das ist okay jetzt schon mal weiter der Tiwa ist noch gar nicht dabei doch ich bin jetzt drin ich hab nur kurz ne Waffe ausgibt getestet ach der rennt hier schon wieder hier ist hier ist auch irgendwas hier sind richtig geile Waffen Leute ok oh zap ja Kumpel Kies weil du den von anfangen wolltest weil du was für Waffen habt ihr ja der da wird nur kacke da welche Waffen habt ihr AK man ich nehm jetzt genau ich nehm auch die AK ok dann behalte ich die Combat oh ne schauwina Novich ja ich hab's auch schon gehört das ist bitter seid ihr noch bei mir oder scheiße ich sag das doch gleich ich weiß doch gar nicht ah ok na na bei mir ist ein Jockey na ja oh gut Zuma tot Watze ja ich bin auch hier ähm ehrlich oh start start mieten wieder hey 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 cool dann hast du jetzt davon 10 Dinger im Wasser getötet wahrscheinlich nicht das hab ich heute noch irgendwie zufällig gelesen ok geht jeder den richtigen Weg ich hab keine Ahnung weil ich bin jetzt grad irgendwo anders lang gelaufen aber ja das scheiße nein du bist gezogen j j j j j weiß einer wo hast du da wo ist er ruhig lauf einfach mal die ist eh woanders da kommt man vorbei kann auch hier runter ja ich bin hier hat er mich durch das loch gefestet neblig schacht action achter wirken zombies ich kann mir gleich schon wieder heilen so ich nehme erst mal ein adre ja das muss ich nicht guter der drei jocke ist irgendwo er hat ihm auch gehört brechen wurden blanks to get out meine musste wohl auf die kärbel ist der alarm hat hier ist noch ein Prozent er ketten sehen ich mache eben brand money auf weil er hat ich mache brand money auf jo also ich würde dann hier ganz gerne denn denn jetzt die rohme einschweißen kettensäge juhu von unten die warten schon hier hinter ja 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 scheiße woher wusstest du schon ich konnte die nur wegschubsen sonst hätte ich den so wunderbar ja also nacken war frau von und metze hier hoch want to the factory jetzt hänge ich mal ein bisschen wohin jetzt wieder zurück schenker hängt hier so jetzt drin ja ich habe doch gesagt ich bin bei tivo da hängt hier gerade ein bisschen ja eben jetzt hängt hier nicht mehr ja jetzt bin ich auch wieder da ich bin da sofort gekommen wollte ich halt nicht mehr gehangen habe da muss ja was sagen muss man wo wort können tivo ich stehe und da hat du renten dürfe deckt den rücken so ja das ist gleich leer scheiße ja ich muss mich jetzt einmal kurz heilen ja meine kettensäge die war gerade so eine action und hier in den defi dann auch hier einer mit er geht nicht er damit nur mit weg wo ist er denn jetzt wo er hier das medieberg macht es so blind wird er in die lacht da eine leiche er hat er mir nicht angezeigt eben bei mir liegt da keine leiche bei mir auch nicht bei mir liegt da einer furchte gut er hat wird auch alle hier müssen nicht blind im zurück wie können wir zurückgehen die wirtschaft ja auch gehört ne ne doch ne doch ja man braucht ja eigentlich eh kein licht bei diesem au leute ich bin echt langsam dann nimm dir einen tabletten tivo oder jetzt noch nicht vielleicht eben naja jetzt ist grad nix los jetzt wieder wir retten hier so weit der tivo kann hier so schnell so uff 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 auch. Links oder rechts? Ich bin jetzt hier einfach runter, genau. Ja, was uns durch den Kanal geführt hat, ne? Irgendwie. Hier im Raum vielleicht was. Radpfanne. Ah, langsam. Tabletten habe ich genommen. Hier ist ein Defi. Kann auch keiner gebrauchen. Ja, hier kommt die Shift-Action. Get the hair lauder, sehr. Matze, komm, raus. Ah, dich hat gerade alles klar. Äh, wie denn? Ach so. Okay. Matze? Ja, ich komm. Andere Seite. Geh drauf. Scheiße, ich hab auch nicht mehr so viel Munition. Okay, Leute, jetzt schickt mich hier runter. Oh, okay, doch nicht mehr. Wir sollten uns so wenig wie möglich bewegen, glaube ich. Ja, weil ich bewege mich nur alleine irgendwie. Ja, hab ich auch das Gefühl. Boomer. Ja, ja. Jockey. Ja. Jockey. Ah, der Jockey ist hier oben drauf. Scheiße, scheiße, nein. Ich hab' einen Jockey. Alles klar. Ich sehe nicht, bitte. Darum ist ne Boomer-Schlampe. Ja. Wunderbar. Ich versuch, aber... Also, ich will aufsteigen, halt. Keine Ahnung. Nein. Warum hab' ich keine Nahkampfwaffe mehr? Ja, war gerade Bratpfanne. Bratpfanne. Das Koch-Utensil. Oh, da ist ein... Rein hier. Nein, ich werd gezogen. Ich werd gezogen. Nein. Ich werd gezogen, unten runter. Alles klar. Super, ja. Wo kommen wir jetzt hier hoch? Ich hab' keine Ahnung. Hier ist Leiter. Da ist ne Treppe. Nein, der hält mich fest. Fickt euch doch alle. Hier, nehmt die Bombe. Da kommen noch welche von vorne. Oh, Mann, geil. Geile Aktion. Auf jeden Fall. Boah, richtig viel Abschluss von uns. Ich bin sofort wieder da. Ich geh kurz pissen. Jo. Rauchertsgen. Fünft, da Rauchertsgen. Fünft, Pause. Boah, der Tränkerl war richtig stark genug von uns. Da waren zwei, oder? Keine Ahnung. Da waren zwei, oder? Keine Ahnung. Ich hab' bis noch einen im Kopf. Äh, also die Nahkämpfe sind echt behindert hier, weil hier steht wieder Matze 41 und dabei hab' ich auch relativ viele. Von mir aus. Warte, ich mach grad die Kippe aus. Ach so. Aber ich bin sofort da. Aber ich bin sofort da. Wie bin ich jetzt? Ja, wenn, wenn's, wenn's geht. Hinter die Birnen. Matze, Matze, Matze. Ja, ich bin auch irgendwo hier. Ja, du bist auch... in die falsche Richtung, oder nicht? Nee, das ist richtig Richtung. Achso. War nicht rechts, bist wahr. Genau. Hier lang. Genau. So, jetzt geht's hier rund. War hier nicht noch ne Kettensäge? Die kommt da hinten nochmal. Achso. Ist denn hier schon wieder? War ich mir vorgekutzt? Ja. Ist ja nicht das Wüste. Okay. Zinello ist ganz ruhig, Leute. Scheiße. Daran hab ich... Das hab ich nämlich auch nicht gesehen. Scheiße. Ich bin einfach... Matze, schaffst du? Ja, ich komme. Was zum Teufel. Ja, das war jetzt nicht wirklich. Aber sollten wir uns hier so lange... Oh, Mann. Das war wohl nix mit dem Langer. Wir ran. Alles klar da, oder? Charger. Na, egal. I'm down. Wo bist du denn? Ich bin jetzt weitergegangen. See'. Okay. So, ich...